Hallo Kenja, ich bin's wieder. Wieder ein bisschen Sport mit mir zusammen, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Ich habe mir heute ein paar Sachen für euch überlegt und zwar werden wir heute ein paar Übungen machen aus dem BJJ und wir werden dafür einen Besen nehmen. Ich habe mir einen Besen ausgeborgt, mit dem ich normalerweise sauber mache und ihr werdet sehen, man kann damit auch wunderbare Übungen machen und zwar Übungen, wie man später, wenn man dann wieder Sparring machen darf, wenn man wieder zusammen trainieren darf, wie man seinen Gegner oder seinen Partner auf den Boden werfen kann. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch auf jeden Fall heute im Verlauf vom Training. Also wenn ihr Zeit habt, besorgt euch einen Besen. Der Besen sollte so groß sein, dass er ungefähr so groß ist wie ihr selbst, mit einem Besenstiel dran und einer Bürste. Wenn ihr nur einen Besenstiel habt, ist es auch vollkommen ausreichend. Den stelle ich kurz zur Seite. Wenn ihr noch keinen Besen haben sollte, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Stopp-Taste zu drücken und sich einen Besen zu organisieren aus der Küche, aus der Putzkammer oder wo immer Mama oder Papa den versteckt habt. Wenn ihr den Besen schon bei euch habt, weil ihr so schnell seid, dass ich das gar nicht mitkriege, dann könnt ihr euch noch drei Bälle organisieren. Die werden wir heute auch brauchen am Ende vom Training, weil wir natürlich wieder ein bisschen jonglieren wollen zusammen, damit ihr besser auch im Jonglieren werdet und eure Gehirnhälften verknüpfen könnt. Und zum Üben wäre es ganz gut, wenn ihr eure Jiu-Jitsu-Jacke holt. Das kann auch ein Papu-Kurtzen-Pullover sein, das ist vollkommen egal. Hauptsache ihr habt etwas, was ihr nehmen könnt, um es auf den Boden zu legen, beziehungsweise um es später auch auf den Besenstiel draufzulegen. Okay? Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Alle aufstehen. Wir begrüßen uns. Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Wir machen uns warm und machen zehn Hampelmänner. Ja, Hampelmänner kennt ihr. Die springen so. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände über dem Kopf zusammen klatschen und die Hände auf den Oberschengelklatschen, wenn ihr runterkommt. Hauptsache ihr macht diese Bewegung. Okay? Wir machen das zusammen. Achtung, fertig, los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Alles ausschütteln. Jetzt fangen wir an, den Kopf zu lockern und den Nacken zu lockern, den wir immer vor und zurück den Nacken machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Jetzt guckt ihr mit eurem Kopf immer von links nach rechts. Okay? Zehnmal machen wir das zusammen. Achtung, fertig, los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Jetzt drehen wir den Kopf egal in welche Richtung. Hauptsache ihr dreht den Kopf zehnmal. Achtung, einmal, zweimal, drei, vier, fünf. Ich drehe den Kopf jetzt in die andere Richtung. Sechs, sieben, acht, neun und zehn. Oh, das tut so gut. Wunderbar. Jetzt drehe ich meinen rechten Arm einmal wie ein Propeller an meiner Seite. Zehnmal. Egal ob vor oder ob zurück, das ist vollkommen egal. Ich drehe ihn jetzt nach hinten. So in Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und ich nehme den anderen Arm und drehe ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Jetzt drehe ich beide Arme zusammen. Achtung, fertig und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Alles ausschütteln. Jetzt drehen wir unsere Hüfte. Schöne große Kreise mit der Hüfte ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Beide Beine gehen zusammen. Ihr legt die Hände auf eure Knie und dreht jetzt nur die Knie. Eins, zwei, drei, vier, zehn. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Umfallen ist keine Option. Bleibt mal bitte stehen. Und nochmal. Andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stellt euch mal mit dem Fuß auf den Fußballen vorne. Jetzt dreht ihr nur im Sprunggelenk. Zehnmal jeder in seinem Tempo. Ich zähle für mich selber. Ihr zählt für euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Jetzt bleibe ich auf meiner Fußspitze. Und jetzt seht ihr mal, wie ich mit meinen Zehen gehe. Ich gebe den Zehen so nach vorne und wieder zurück. Vor und wieder zurück. Das heißt, ich rolle die Zehen so richtig ein. Zehnmal vor und zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Fuß ausschütteln. Der linke Fuß geht nach vorne und dreht nur im Sprunggelenk. Also nur im Knöchelbereich. Zehnmal insgesamt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das Bein sieht aus wie so ein ganz lauter Spaghetti dabei. Und jetzt auch wieder über die Zehen rüber gehen. Seid schön vorsichtig dabei. Nicht, dass ihr das zu doll macht, nicht, dass es euch wehtut. Zehnmal insgesamt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Super. Und zum Abschluss nochmal zehn Hampelmänner, damit ihr noch ein bisschen warm werdet und die Herzfrequenz ein bisschen hochkommt, dass wir vielleicht unsere Übungen machen können. Okay? Achtung, bereit. Und zehn Hampelmänner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Wenn ihr schon ein bisschen warm geworden seid, umso besser. Ihr könnt auf den Boden gehen. Wir machen ein paar Bodenübungen. Das kennt ihr von den vorigen Videos und auch vom Training mit Philippe. Wir werden die Garnele machen, den Shrimp. Wir werden eine Brücke machen. Wir werden auf jeden Fall eine Rolle machen. Vorwärtsrolle und Rückwärtsrolle. Und dann möchte ich mit euch ganz gern eine Technik ausprobieren. Die nennt man den Gorillapass. Dafür braucht ihr eine Jacke, wenn es geht. Und dann möchten wir den Triangle, die Triangel oder das Dreieck mal zusammen trainieren. Ich erkläre euch alles vorher, bevor wir das trainieren. Wir fangen erstmal mit dem einfachsten an, was ihr alle kennt. Das ist die Garnele, der Shrimp. Dafür legt ihr euch auf den Rücken. Zeigt das mal von vorne und von der Seite. Ihr liegt auf dem Rücken. Euer rechter Fuß geht auf den Boden. Den linken Fuß habt ihr angehoben. Jetzt dreht ihr euch auf eure linke Körperseite und drückt euch mit dem rechten Fuß nach hinten, dass der Po nach hinten geht. Achtung, so sieht das aus. Das linke Bein kann in der Luft bleiben. Das linke Bein kann auf dem Boden liegen. Das ist erstmal nicht wichtig. Die Hauptsache ist, ihr drückt euch mit dem rechten Bein vom Boden ab und bewegt euren Po nach hinten. Nochmal. Rechts Bein auf dem Boden. Po geht nach hinten. Zeigt das nochmal von der Seite. Links zur Seite. Rechtes Bein auf den Boden. Linkes Bein entweder auf dem Boden oder in der Luft. Dreht euch auf die linke Seite und luft euch ab. Alles klar? Wir probieren es mal zusammen. Wir machen zehnmal die Garnele, indem wir mit dem rechten Bein uns abdrücken. Ich zähle in meinem Tempo und ihr zählt in eurem Tempo. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Sehr gut. Jetzt probiert das Ganze mal auch mit der linken Seite zu machen. Das heißt, der linke Fuß, der geht auf den Boden. Und ihr drückt euch jetzt mit dem linken Fuß ab. Okay, alle zusammen. Wir legen uns auf den Rücken. Linker Fuß geht auf den Boden. Ihr legt euch auf die rechte Seite. Und drückt euch mit dem Fuß vom Boden. Und ihr ganzer Körper katapultiert sie nach hinten. Euer Po auch. Ganz wichtig. Nochmal. Zeigt es nochmal von der Seite. Linkes Bein, linker Fuß auf den Boden. Jetzt drückt ihr euch ab. Diese Bewegung mit den Armen, die mache ich für mich selber. Als kleine Hilfe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die Hände hier lassen. In den meisten Fällen wollen wir aber uns vom Gegner wegdrücken. Und deswegen nehme ich meine Hände noch mit zur Hilfe. Okay. Davon machen wir jetzt fünf. Weil die linke Seite ist ein bisschen schwerer. Okay. Jeder zählt in seinem Tempo. Ich zähle in meinem Tempo. Achtung. Fertig. Los. Eine Garnele. Zweite Garnele. Dritte Garnele. Vierte Garnele. Und die Ferne. Okay. Sehr gut, Kinder. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen warm geworden. Jetzt machen wir eine Brücke zusammen. Eine Brücke kennt ihr vielleicht aus dem Tonunterricht. Brücke bedeutet, dass wir den Po anheben. Das heißt, ihr liegt auf dem Rücken. Und alles, was ihr machen wollt, ist, den Po nach oben zu nehmen. Okay? Den Po nach oben. Jetzt ist es noch so, dass wir beim Jiu-Jitsu nicht nur den Po hochnehmen, sondern wir wollen uns auch noch zur Seite drehen. Das heißt, wenn ich mein Po hochnehme, geht gleichzeitig meine rechte Hand über meine linke Schulter. Das sieht denn so aus. Po nach oben. Dann, ich gucke zur Seite und tippe mit der Hand auf den Boden. Okay? Po nach oben, gucke zur Seite und tippe mit der Hand dahin, wo ich gucke. Genau, das ist zur anderen Seite. Po nach oben, gucke zur Seite und tippe da auf den Boden. Versucht mal bitte, rechts und links zu tippen. Insgesamt zehnmal. Ich zähle meinem Tempo und Ihren, eurem Tempo. Okay? Achtung, fertig, los. Und eins, zwei, drei, vier und fünf. Ich wechsle mal die Position. Und sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr schön, super. Das war die zweite Übung, die wir gemacht haben auf dem Boden. Jetzt kommen wir zur Übung, sieht ganz lustig aus, wenn man den Kopf so hoch und runter macht. Jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Wir rollen vorwärts und rückwärts. Das machen wir ganz häufig. Rollen ist wichtig, damit ihr lernt, wenn man hinfällt oder geschubst wird oder geworfen wird im Training, dass man sich nicht verletzt dabei. Eine Vorwärtsrolle, eine Rückwärtsrolle. Ganz wichtig, Philippe sagt das auch immer zu euch, nicht über den Kopf rollen. Nicht auf den Kopf rollen, sondern wir rollen über die Schulter. Indem ihr einfach euren Kopf zur Seite dreht, verscheckt und über die Schulter rollt. Wir machen eine Vorwärtsrolle. Achtung. Vorwärtsrolle und eine Rückwärtsrolle auch wieder über die Schulter. Das machen wir 10 Mal, okay? Achtung, fertig, los. 1, dazu die Rückwärtsrolle. 2, und die Rückwärtsrolle. 3, Rückwärtsrolle. 4, 5, ich rolle jetzt über die andere Schulter. 4, 6, 7, 8, 9, und 10. Sehr gut, Kinder. Schwindelig von Vor- und Zurückrollen. Dann habe ich noch vor, mit euch den Gorillapass zu trainieren. Gorillapass ist eine Technik, die wir nehmen, wenn wir an den Beinen unseres Gegners vorbei wollen. Das ist eine kleine Konditionsübung und Koordinationsübung. Dafür könnt ihr ganz gerne eure Jiu-Jitsu-Jacke nehmen, wenn ihr wollt. Könnt ihr die Jacke auf den Boden legen. Und wenn die Jacke auf dem Boden liegt, dann stellt ihr euch vor, euer Gegner liegt vor euch. Die Beine zeigen zu euch, der Kopf zeigt von euch weg und ihr steht. Und ihr wisst ja, Gorillas stehen nicht aufrecht, sondern Gorillas stehen immer so ein bisschen unten. Die lassen die Arme immer so hängen. Und ihr lasst die Arme auch hängen, ganz locker. Und jetzt machen wir einen Gorillapass, indem wir unsere Hände auf den Jiu-Jitsu-Anzug legen und einfach von der einen Seite zur anderen Seite rumspringen, in einem Halbkreis. Ich zeige euch das mal. Meine Hände lege ich auf, bin hier wie ein Gorilla, lege meine Hände auf und springe zur anderen Seite. Hände auflegen, zur anderen Seite. Hände auflegen, zur anderen Seite. Zehnmal insgesamt, das heißt fünfmal hin und fünfmal zurück. Jeder in seinem Tempo. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir zusammen trainieren. Ich zähle für mich selber. Achtung, fertig und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ah, sehr gut. Man merkt das ein bisschen in den Oberschenkeln, weil man so ein bisschen in der Kniebeuge ist. Aber sowas könnt ihr später auch gut im Sparring verwenden. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch am besten, wenn ihr wieder auf der Matte seid und einen Partner habt, wo ihr auch richtig sehen könnt, wo die Arme und wo die Beine sind. Die Jacke könnt ihr gerne zur Seite legen. Die Jacke könnt ihr gerne zur Seite legen. Die Beine gehen nach oben und ihr schießt nach oben. Gesehen? Nochmal, liegt auf dem Rücken, nehmt die Beine nach oben und ihr schießt richtig die Beine nach oben. Wer möchte, kann seine Hände an seinen Po legen, um den Unterkörper und die Beine festzuhalten. Ich zeige euch das nochmal, mal von der Seite und gleich von der Seite nochmal. Kann den Po festzuhalten. Okay, von der Seite, liegt auf dem Rücken, meine Beine gehen nach oben. Ich drücke an meinen Rücken, um meine Beine oben zu halten. Das ist ja eine kleine Vorübung. Fünfmal. Ich mache das ganz gerne, indem ich sitze, nach hinten rolle und den Schwung der Rolle ausnutze, um meine Beine nach oben zu bringen. Ihr könnt aber auch flach auf dem Rücken liegen. Ich nutze den Schwung der Rückwärtsrolle. Achtung, fertig, fünfmal und los. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr gut, Kinder. Jetzt machen wir eine nächste Übung, in dem ein Bein gerade bleibt und das andere Bein lasst ihr hängen. Ich zeige euch das ganz kurz. Ein Bein ist gerade, ein Bein hängt. Okay. Ein Bein zeigt zur Decke, das andere Bein lasst ihr einfach hängen, ganz locker im Kniegelenk. Achtung, fünfmal, Achtung, fertig, los. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr gut. Nächste Übung. Das Bein, was ihr hängen lasst, da versucht ihr mal mit der Innenseite eures Knöchels in die Kniekehle reinzukommen. Okay. Das heißt, ihr rollt nach hinten. Ein Bein wird zur Decke gestreckt, das andere Bein sucht Kontakt zur Kniekehle. Okay. Das ist die Bewegung. Ihr rollt rückwärts. Ein Bein zeigt zur Decke, das andere Bein tippt mit der Innenseite vom Knöchel gegen die Kniekehle. Fünfmal, Achtung, fertig und los. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt habt ihr schon beim letzten Mal gesehen, ich klappe meine Beine so runter. Das heißt, ich verknote meine Beine richtig. Das sieht denn so aus. Ein Bein ist unter der Kniekehle und eins ist geschlossen. Ne? Seht ihr das? Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht das aus wie ein Dreieck. Ne? Ein Dreieck der Beine. Und das Dreieck wird auch im Englischen Triangle oder Triangle genannt. Und deswegen, wenn wir in den nächsten Videos von einem Triangle oder einem Triangle sprechen, meinen wir diese Übung, dass wir ein Dreieck mit den Füßen formen. Ein Fuß zeigt nach oben mit der Fußspitze, der andere Fuß mit der Innenseite an die Kniekehle und das andere schließt sich. Damit habt ihr ein Dreieck. Ihr probiert es fünfmal in eurem Tempo, ich probiere es in meinem. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, gar kein Problem. Okay? Fünfmal. Achtung. Eins, zwei, drei, drei, drei. Vier. Und fünf. Damit kann man wunderbare Sachen machen. Ne, genau. Fesseln. Sich an seinem Bein festklammern. Ganz, ganz viele Sachen. Das würden wir ganz gerne mit euch dann später im Training auf jeden Fall trainieren. Aber dass ihr die Bewegung schon mal kennt und wenn Philippe zu euch sagt, Triangle, dann habt ihr ungefähr eine Idee, dass ein Bein wird gestreckt, das andere Bein tippt in die Kniekehle und das legt sich runter. Super gemacht. Jetzt geht es an den Stand. Steht auf. Ihr braucht einen Besen. Einen Besen, den kann man natürlich nutzen, um die Matte sauber zu machen. Man kann aber einen Besen auch wunderbar zum Training benutzen. Das möchte ich euch zeigen. Ihr könnt einen Kapuze-Pullover nehmen oder ihr nehmt eine Jujutsu-Jacke. Könnt ihr oben auf den Besen aufmachen, also auf den Besenstiel. Oder wenn ihr nichts dergleichen habt, nehmt ihr einfach nur den Besen. Und jetzt machen wir eine Übung, in der wir versuchen, den Besen mit dem Fuß wegzufegen. Okay? Normalerweise fegen wir mit den Händen. Ist okay. Jetzt ist die nächste Übung wie ein T-Rex-Ellenbogen am Körper. Ihr geht einen Schritt nach vorne und fegt den Besen weg. Mit dem Fuß. Okay? Mit dem rechten Fuß. Jetzt machen wir insgesamt zehn Mal. Linkes Bein geht nach vorne. Rechter Fuß fickt den Besen weg. Linkes Bein nach vorne. Rechter Fuß fickt den Besen weg. Von der Seite. Linkes Bein geht nach vorne. Rechter Fuß fickt den Besen weg. Linkes Bein nach vorne. Rechter Fuß fickt den Besen weg. Insgesamt zehn Mal. Achtung! Fertig! Los. Eins! Zwei! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Jetzt wechseln wir die Seite, rechtes Bein geht nach vorne und linker Fuß fängt den Besen weg. Okay, rechter Fuß nach vorne, linker Fuß fängt den Besen weg. Von der Seite, rechter Fuß nach vorne, links fängt den Besen weg. Wenn ihr das macht, denkt daran, dass der Fuß immer auf der Matte bleibt. Nicht hochnehmen, also nicht hier gegenhauen, das tut nämlich weh. Der Fuß ist immer auf der Matte und fängt über die Matte. Fängt über die Matte. Und wenn ihr genau hinhört, hört ihr auch, wie mein Fuß über die Matte fängt. Achtung. Genauso mein linker Fuß. Man hört die ganze Zeit, dass der Fuß auf der Matte ist. Wenn man euren Fuß nicht mehr hört, ist der Fuß zu hoch. Wir waren stehen geblieben bei dem Fegen mit dem linken Fuß. Der rechte Fuß geht vor und links fängt weg. Echtung. Fertig und los. Eins, zwei, drei, die Hände verwechselt. Vier und fünf und sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut Kinder. Ihr könnt später, das werden wir in den nächsten Videos machen, nicht nur den Besen zur Seite wegfegen. Nicht nur den Besen zur Seite wegfegen. Ihr könnt den Besen auch nach hinten wegfegen. Oder die andere Seite. Ihr könnt den Besen auch mit einer Umklammerung wegfegen. Stellt euch vor, der Besen ist das Bein eures Partners. Das Bein eures Gegners. Und ihr wollt durch diesen Wurf dafür sorgen, dass euer Gegner auf den Boden fällt. Wenn ihr das geschafft habt, dann machen wir Brazilian Jiu-Jitsu und können die Sachen anwenden, die wir im Training zusammen trainiert haben. Eine Position wie eine Guard-Position, eine Mount-Position, eine Knie-auf-den-Bauch-Position und danach vielleicht einen Würgegriff oder einen Hebel anzusetzen, damit der Gegner aufgibt. Das ist das, was wir im Jiu-Jitsu probieren. Kontrolle. Vom Bringen des Gegners auf den Boden, wenn er auf dem Boden ist, Kontrolle am Boden und dann den Gegner kontrollieren. Das ist ganz wichtig. Das war ein kleiner Ausflug in die Welt des Besen-Jiu-Jitsu. Ich würde mit euch die letzten Minuten vom Training noch ein bisschen jonglieren wollen. Ihr wisst, wie es geht. Ihr braucht drei Tennisbälle. Wir fangen diesmal sofort mit drei Bällen an, damit es nicht zu langweilig ist. Ich glaube, ihr seid mittlerweile alle Profis im Jonglieren. Ihr könnt das entweder im Sitzen machen, ihr könnt es im Stehen machen, ihr könnt umherlaufen, ihr könnt springen, ihr könnt aufstehen. Ihr könnt alles machen, was euch Spaß macht. Die letzten zwei Minuten jonglieren gehören euch. Und ich werde in den zwei Minuten euch versuchen, mal zu sagen, was wir von Fenderis noch so vorhaben. Wir wollen euch regelmäßig Kids-Videos produzieren und möchten euch einfach bei Laune halten und dafür sorgen, dass ihr auch in der Corona-Zeit fit bleibt und ab und zu mal schaut, was bei uns so los ist auf der Homepage, auf dem YouTube-Kanal und dass ihr an uns denkt vor allen Dingen. Dass ihr wisst, dass Philippe und Said und ich und Marco und wie sie alle heißen, euch ganz doll vermissen und dass wir uns super duper freuen, wenn ihr alle gesund und munter bleibt und vor allen Dingen, wenn eure Eltern und eure Geschwisterchen auch alle mund und gesunder bleiben. Wir freuen uns einfach bald, wenn wir wieder zusammen trainieren können, wenn wir uns auf der Matte wieder treffen. Und das Schönste, das Allertollste wäre, wenn ihr mir zeigen könnt, dass ihr während der Corona-Zeit Sachen auch trainiert habt, wie zum Beispiel das Jonglieren oder die Bodenübungen, die wir heute gemacht haben, den Shrimp, die Brücke, den Triangle, also das Dreieck, das Rollen vorwärts und die Rolle rückwärts, dass ihr das nicht verlernt habt und wir mit euch hoffentlich, hoffentlich sehr, sehr bald wieder auf der Matte in Kreuzberg trainieren können, mit euch Sparring machen können und euch wieder lachen hören. Das wäre das Wichtigste. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter, bei mir scheint die Sonne, ich hoffe bei euch auch. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald.